Und da sind wir auch wieder bei Let's Play Final... Nein, nicht Final Fantasy. The Legend of Zelda Oracle of Ages, ja. So, wir sind fertig mit dem Ding. Ihr werdet euch jetzt fragen, da ist aber noch ein Ding übrig. Und du hast doch auch gesagt, du wolltest alles zeigen, ja. Erstens habe ich den Weg vergessen. Zweitens bin ich stinki sauer. Und deswegen entschuldige ich mich noch mal. Nicht, dass es hier jetzt irgendwelche blöden oder unschönen Kommentare hier von mir gibt. Wenn ich hier welche gebe, davon entschuldige ich mich schon mal. Weil es war wirklich sehr, sehr nervig. Und nein, es fängt schon wieder an mit dem Ding. Nein. Also. Entweder muss ja hier was drauf liegen. Oder wir müssen drauf laufen. Und sagen wir es mal so. Dieses Rätsel ist mit dem Laufen nicht schaffbar. Deswegen Sumaria-Stab. Wir legen das Ding drauf und wir sind fertig. Ah ja. Wer auf sowas kommt, äh, dem wünscht ich hiermals viel Spaß. So. Hier müssen wir jetzt natürlich mit den gesamten... Mit den hier zwei Ebenen arbeiten. Und deswegen... Du nervst. Und du auch. Und du ebenfalls. Kann ich da nicht irgendwie rüber? Ich glaube, ich glaube, ich war schon weh. So. Und dann haben wir die Schatztruhe. Tauschhacken. Wir schwimmen rüber. Und wieder ist der Schalter nicht gedrückt. Yay. Jetzt reichen wir fest. Was geht hier raus irgendwie? Hm. So weit komme ich nicht. Adel. Warum müsst ihr es kompliziert machen? Weil es auch einfach geht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Den machen wir runter. Und wir erhalten einen kleinen Schlüssel. Den ersten. So. Was gibt es hier schon? Äh, Gegner. Oh, ja. Oh, ja. Das möchte ich euch doch aufhören. Wunderschön zu werden. Kleiner, du kommst jetzt mal irgendwie her. Du kommst da hin. Und du da hin. Kommst nicht hier hin. Und es kratzt und kratzt und kratzt und kratzt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gibt es sonst noch irgendwelche kaputten Felsen? Entschuldigt Leute, was ist das so zu kratzt, aber ich kann leider nichts dagegen machen. Doch, Camtasia nutzen! Hohoho! Nein! Und das ist wahrscheinlich das eine? Ja, das eine ist wieder blau! Wer hat sich die Idee, dass ich das mache? Das war ich da selber! Oh ja! Zack! Und wieder rein! Das war mal wieder knapp! Das ist mir doch! Ach ja! Ja! Jetzt hat diesem Tempel keiner mehr zu viel zu sagen! Hohoho! Und wieder rein! Obwohl! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! So was kann auch nur mir kurz hin, oder? Oh Mann! Oh Mann! Ich mein das blöde Ding ist doch absolut schnell für mich! Kratsch, kratsch, kratsch. Nein, lasst mich raten, ich muss zuerst den Einbauen, ja, und seine Sonne. Achja, hm. Wisst ihr was Leute, ich glaube ich mache den Herönen-Tempel irgendwann später. Ich habe da bis jetzt so ziemlich gespielt und so, deswegen brauche ich da nicht mehr so wirklich weiterzuführen. Von daher würde ich sagen, dass ich hier den Herönen-Tempel abbreche. Ist das nicht genial? Ich muss mir einen Fluchtweg suchen. Und dann nennen wir den Herönen-Tempel. Ja, sonst würde ich sagen, wir sehen uns dann kurz draußen wieder vom Marko-Baum, also bis gleich. Und wir sind wieder draußen, direkt hier vom Marko-Baum, so wie ich es gesagt habe. Link, du hast alle 8 Essenzen der Zeit gefunden und ihre Kraft erfahren. Wow. Dank dir stimmt mein Zeuggefüge wieder und ich kann mich wieder erinnern. Ich bin die Behüterin von Nauru im Orakel der Zeiten. Mein Marko kennt nur mit einem Held zu diensten. Und Kratziger Sound. Der die Kräfte der Essenzen der Zeit kennt. Jener Held, der die Essenzen der Zeit kennt, nimmt unänderlich Wahrheit über Zeit und Raum wahr. Wenn du das schaffst, Link, wirst du während aufhalten. Nimm dieses. Der Riesenkern des Marko-Baums. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen. Ihihihihihi, Link! Deine Bemühungen sind fruchtlos. Und diese Görnen sind mickrige Käfer gegenüber einer lodernden Feuersbrunst. Das habt ihr doch schon vorhin gedacht. Ja, jetzt, ihr Felder. Warum die auch wirklich ausgerechnet JETZT rauskommen müssen. Mein Fatih ist zu... Achso. Mein Fatih ist zu Stein geworden. Es ist schwer, aber du darfst nicht aufgehen. Bewahre deine Hoffnung. Dann wird dein Vater sicherlich bald wieder mit dir spielen. Behalte unseren Namen im qualvollen Andenken. Der Name der TWINROVER! Ohohohohoho. Die Wiederbelebung des Königs des Bösen beginnt nun. Ohohohohoho. TylerCamp-Fans werden es auf jeden Fall wissen. Link, ich sollte das nicht sagen. Doch eine Welt voller Qual ist eine verlorene Welt. Halt der Königin an wie in den schwarzen Turm auf und bezwinge Werra bitte! Ja. Wir werden uns natürlich vorher mit etwas anderem nochmal ausrüsten. Denn dazu haben wir noch die Zeit. Wir kommen mit dem... Blablablabla. Verrohre. Frage der Geheimnisse. Tatgast. Jupp. So. Wir haben ein Passwort mit... Ähm... Ähm... Diesem Zeichen. Dann noch der... Y ist das glaube ich. Ein kleines F und L. Ein großes D und... Und ein großes G. So. Wir erhalten noch meinen kleinen schönen Schatz. Ja. So wie es nur ausfügt. Sobald man eines der Geheimnisse hier sagt. Deine Geheimnisse haben eine neue Kraft erreicht. Sie kommen jederzeit wieder zurück. So. Blablabla. Du erhältst das Biggeron Schwert. Ein mächtiger Zweihänder. So. Die Kiste verschwindet. Und wir haben jetzt das Biggeron Schwert. Ja. Ein sehr, sehr mächtiges Schwert. Also ich meine es wäre sogar mächtiger als das... Edel Schwert. Da es eben halt auch komplett... Öh... So ein Halbkreis schlagen kann. So. Das war's zu diesem Part. Und zu heute. Also bis zum nächsten Let's Play Part. Blablabla. Meldet sich ab.